Ah, hängt da noch welches... Ach, da hängen noch Sachen drin. Da hängen jetzt noch Sachen drin. Äh, was hab ich gesagt? Tofu oder Maximum Stack Limit 104. Ach, 104? Äh, achso, wir haben nichts mehr. Deswegen. 104. Das ist das Limit. Wir haben gerade mal 33 von... Ja, haben wir noch ein bisschen. Da können wir noch ein bisschen. Plump, 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 plump. Soll ich irgendwie den Schneebellen machen? Das weiß ich auch noch nicht. Wir... Wir haben ein bisschen Brot machen hier. So. Aus dem Brot machen wir noch mal ein bisschen Toast. So, und dann gehen wir eine Runde knacken. Mist! Uuuuuh! Ja, da haben wir mal eben noch hier so vegan-option-mäßig Jute produziert. Finde ich gut. Hallo, Mr. Creeper! Ein paar Bilder fehlen mir hier eh noch. Ich kann es ehrlich sagen. Bumm, bumm. Stimmt, da sieht man jetzt, dass es ne... Fünf mal acht, Limit ist acht. Also fünf mal achter Stacks. Da sind sieben mal vierundsechziger Stacks. Man sieht eben, ne? Das Sticklimit ist dann eben halt auf acht. Mal eins? Warum denn mal eins? Du musst drin. So, weil wir schon... Hab' ich jetzt auch verschlagen. Bist du doof, ey! Bist du doof! 3 Eier haben wir da auch noch drin. Seidentofu haben wir da auch noch drin. Müll ich da mal rausholen, ey? Und Nachteil ist... Von der Milch, da sind dann 8er Stacks und die haben wir jetzt eigentlich 8 mal, ne? So, ist jetzt so gut wie voll. Zack, ist voll. So, das wartet dann auch schon wieder leider. Achso, guck mal, Salz haben wir auch noch. Oh, ich glaube Salz ist voll. Salz, 8 mal 64 und es gibt nur ein 64er Stack. Das ist natürlich doof. Daher tun wir es einfach da mit rein. Da haben wir 104. So, komm. Äh, Salz, Hammer, 64er Stacks, immer. So. So. So, sortiert wir eben mal um. Sag, kein Thema. Zack, umsortiert. Hier, Käse sortiert wir auch mal eben um. So, Käse jetzt fliegen. So, Käse jetzt fliegen. Käse leer, da rein. Äh, da rein. So, Deluxe-Cheeseburger Käse, 5 mal 16. Also, 5, 16er Stacks haben wir und 104 können wir. So, ja, kein Problem. Oh. Äh. So, bisschen mehr. Ähm. Joa. Zuckerrohr haben wir auch noch hierbei. Hierbei. Gut. Irgendwo nur futtern. Yum, 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 yum. Und, äh, ja. Ich weiß nicht. Kann man denn mit Rising machen? Äh, Rise. Kann man denn damit machen? Kriegt man, ja, aus Fichtenholz kriegt man Rising Globs. Ja, aber wofür? Rise. Kann ich denn aus Rising machen? Das hat denn braun? Ach du Scheiße. Erfbarer Trank der Feuerresistenz. Alter, bitte was? Und nö. Geformte Herstellung. Was ist denn das? Feuerresistente Salbe. Dauer 30 Sekunden. Ja, das muss ich nicht haben. Momentan. Komm ich überhaupt nicht damit klar. Ach, wir haben noch Eichenholz dabei. Pirkenholz und Zäpplinge. Also Setzlinge haben wir auch noch dabei. Das ist doch schön. Hallo? So. Eichenholzbretter. Da kriegen wir 16er Stacks rein. Jeweils immer. So. Können wir auf jeden Fall nochmal irgendwas hier. Ah! Nein! Wo kam er denn jetzt her? Wo kam er her? Warum? 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 Ich frage euch. Warum? Alter. Vor allem. Alter. Ich muss mal ein Theogid holen. Den mir. Alter. Habe ich alles weggetan? Habe ich alles weggeschafft? Habe ich echt alles weggeschafft? Habe ich echt alle Steine weggetan? Alter. Was? Das gibt's nicht, ey. Das gibt's echt nicht. Boah. So ärgerlich. Entschuldigung, ich muss gerade niesen. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Ah. Ah. Fehlt die Urit. Ah, Mann. Was soll denn das jetzt? Wo kann der denn jetzt her? Wollt ich denn so lange wach? Wo sind die Uritid? ù realizar? Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dü-dä-dä. Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä. Boah, Fliegerhau apändlich. Da hatten wir Dioridä. Ich glaub zwei brauch ich. Ah, Mann! Das gibt's echt nicht. Ich muss eh nur eine Druckplatte machen. So. Warte mal. Nein, meine Tür ist weg. Gibt's doch nicht. Echt jetzt? Geh, Sau! Halt, er hat mal eine Tür weggesprengt, die Sau. Ach, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Mann, ey. Warum? Haben denn sich da oben wieder welche eingenistet? Oder? Wo kommen wir denn jetzt her? Ich hab den ehrlich gesagt überhaupt nicht gesehen. Ich hab den ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gesehen gehabt. Was ne Mistmale, ey. Du, ich hab vor Wut fast hier runtergefallen. So. so ein bisschen mal hier fahren jetzt auch fahren überall wächst was, das finde ich schön hier, wir machen noch ein bisschen, ne ach man, oh ey Mann, Mann, Manni ich hab da noch ein Türen Wolli die Tür jetzt nicht ich habe irgendwo noch Tür ich brauche eine Eisentür ich schwöre ich brauche eine Eisentür ja da kommt ähh wie war da der Nummer 나올 turns die da habe ich noch welche dann machen wir direkt äh nochmal eine passende fast eine druckplatte daraus ist ja eh egal so das jetzt so so marmor pflaster steigen Möchte zu Schimpf schon bevor die Sprache Bauberflaster steigen Oh, Mann. Man, oh, man, oh, man, oh, man. Marmor. Bist du jetzt Marmor, Plasterstein bist du geworden. Wunderschön. Wunderschön. Und hier, Diorite direkt. Nehmen wir auch mit. Dann tarnen wir das einfach halt direkt damit. Wah. Mann, ich wollte jetzt eigentlich nach oben gegangen sein und alles fertig gemacht haben. Die Abkürzung. Wui. Wui. Äh, Aua. Wui. 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 Finde ich, fällt da nicht mehr so auf, oder? Mann. Mann, Mann, nee. Hehehe. Ich weine mich jetzt in den Schlaf. Ende aus. Ich weine mich jetzt in den Schlaf. Das ist alles. Das darf doch nicht wahr sein. Es darf doch einfach nicht wahr sein. Leute. Schritte. Achso. Pfeile. Pfeile habe ich auch gesehen. sind ein bisschen erschreckt gerade so alle erzeugen nicht sonnenblumen hier voll erschreckt gerade ich sehe immer nur rieber ich sehe nur noch rieber die sie über nur noch rieber durch lauf durch die über kripp dringend in behandlung ich muss dringend in behandlung ob es bei minecraft irgendwie Psychologen gibt so umsonnen und Psychologe extra abkommabieren holz es gewachsen die Kolibierke ist gewachsen die üblich ich höre schon wieder aber ich soll kurz und nix so wir hatten oder hinten noch so ein Riesenbaum den wollte ich mir eigentlich mal geholt haben den wollte ich uns holen ab der Grund hat in der Kaktusbruch wächst langsam aber um sie wächst finde ich jetzt nicht so tragisch oder so schlimm sie wächst halt eine große Bordele wurden müssen dann mit weg der und nicht nur angegrabbelt wird um um hilft ja alles nix war Prozent als in drei Bäume dann einbestimmt die überwachsen sind ja gut dann haben auf jeden Fall auch wieder genug Holz und wir können dann oben mal zumachen da und dann können wir uns immer noch Gedanken dazu machen was wir aus dem Müll machen vielleicht machen wir da einfach so ein kleines Kämmerchen oder so ich wie ist er noch heute ich stehe schweiß noch nicht auf jeden Fall muss der Baum hier weg dieses Jahr ist kein Zustand wir haben so weit was er kann ja auch nicht diesbohren wenn man nicht weiß wo Holz drin steckt warte moment auch wenn wir noch mal eine neue gemacht werden Okay. Aber wie riesig dieser Baum ist, ne? Das ist echt nicht wahr. Ich glaube, sie wird rumiert. Sie werden gerade lieber. Versorgung. Warum? Warum? Wie? 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 mal ja so als als dorf gewesen so als als dorf maskottchen stehen lassen oder so als dorf wahrzeichen ich möchte es geht das ist aber alles weg oder dazu ist alles weg nein Aua wir auch wir aber auch nein wir waren aber auch direkt direkt weg da konnte ich nichts gegen tun du bist einfach nur da runter geklatscht so hat sich hier nix hier hat sich nichts festgesetzt das ist gut so setzt man nämlich hier direkt nochmal ein bäumchen hin da auch nochmal eins wir haben da so ein paar Sitzlinge g Kim denn hier ich bin da gemacht ein gewollt auf jeden Fall das muss man auch nicht immer verstehen Das ist halt Alpenhaus-Wurz. Hurz. Ja, war was anderes. Furz. Entschuldigung. Ich hoffe, die sich da irgendwie ein bisschen... ...da strecken oder errecken. So. Ich hab immer noch Angst hier oben. Dass es zisch und gleich knallt. Äh, achso. Hä, ich bin da noch mal nicht aufgebrochen. Haben wir wieder, äh, alte Problem wieder. Alte Problem. Hm, hm. So. Einmal gehustet, alles gepustet. So. Könnte man eigentlich auch noch geile Glasfenster irgendwie so reinsetzen, oder? Oder nicht? Das wäre doch eigentlich cool. Ich glaub, das mach ich. So beidseitig. So, ja. Na. Da muss ich das hier nun wieder wegreißen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Achso. Achso, klar. Äh, sieht nur größer aus. Weil hier der Boden ja noch nicht so richtig ist. Ich hab den hier noch nicht angehoben gehabt, ne? Und ich hab die kleine, miese Sau bin. Ich geb's ja zu. Ich bin eine kleine, miese Sau und faul wie Hulle. Und deswegen hab ich das noch nicht gemacht gehabt. Dann passt er nämlich hier jetzt auch wieder. Ich find's hier jetzt gar nicht mal so schlecht. Ähm. Das aber schon. Kürbis. 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 Ein paar Fenster. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Euer Johnny Do. Ciao.